Ah, das ist die 6er, habe ich jetzt gerade ausgeschaltet, den Zusatz 1 Satz, dann habe ich es bekommen, 17. Mal, ah, freispiele ich heute, egal was für Spiel, bin gespannt ob er jetzt einmal voll macht, weil wenn er jetzt voll macht, dann muss ich ihn zusammen. Ja, wieso wird es jetzt wieder einmal drehen, oder? Dann geht es halt, dann geht es halt noch einmal 3 an. Oh, 4, schön. Das wird Bewegungsgeld. Dritte Dreher, da da noch eine, da noch eine, da was, dann wäre es mal 2, aber jetzt kann ich mich bewegen, schön. Wird sogar ein 20er. 20 Euro Bewegung, aber 50er wird es nicht, oder? Wird ein 50er, ja! Ja, schau her, jetzt kriege ich freispiele auch noch dann, hoffe ich. Und dann macht er voll. Ne, das ganze Symbol, aber voll. Schön. Auf geht's, Zahne hin. Oh, so. Schön. Dann haben wir alles auf den Fallbeeren. Aber das ist alles gut, ja. Ich hatte vor dem Baby. Dann war das nicht mehr gut. Das war sehr gut. Jetzt kam dann rein. Ich habe etwas Tochter, das war sehr gut. Oh, yeah! Das geht um die Redos. Glösser. Okay. Da muss ich auch probieren, da muss ich auch probieren, da muss ich auch probieren. so leute heute haben wir steinbruch steinbruch liegt auf dem weg jetzt geh ich wieder heimwärts und später dann das könnt ihr ihn denken, er hat ein wenig angetestet vielleicht gibt es einen jackpot, aber das sehen wir dann schauen wir mal, ob das was weh hat oh oh, ein jackpot vielleicht vielleicht gar keins kommt das elend noch länger dauert auf geht's wenigstens zuha nicht einmal zwei aber es geht halt dann langsam an oben das erste mal sechzehntes spiel so geht das das ist das jackpot jackpot schon kann ich heimfahren jetzt war gestoppt aber vielleicht wird es auch was auf einmal einmal voll waschen hoppala ging er raus auf geht's auf geht's ah nicht einmal vier doch vier nicht einmal fünf auf geht's naja ich hab's ich hab's einmal zwar auf zwanzig aber vielleicht vielleicht ist es ein Anfang vielleicht geht's weiter ja also seid ihr wieder live dabei mit kuh macht er immer viel auf jetzt also mach viel das heißt voll machen naja dann mach halt vier das highlight mit j hat er viel ok einmal vier und einmal drei glaube ich sehr großes kino dritte dreher freispiel oder so jetzt bleib ich mal stehen vielleicht läuft es einmal besser im stehen vielleicht verlängert er dann ewig 15 hätte ich schon hehehe ja ich glaube da lasse ich sechs euro raus weil mein Zwickler verdreifacht weil mehr geht nicht genau die sechs euro lasse ich raus ja das ist das ist ganz